Hallo Leute und willkommen zu einer Runde Smash hier gegen den Lama-Styler. Warte mal, ich nehm irgendwie nicht auf. Ja okay, dann kannst du ja ne extra Runde aufnehmen. Warte mal, ich will mal kurz... So, jetzt hätt ich aufgenommen. Okay. Bitte. Voll fail, jetzt musst du erstmal auch noch so eine Begrüßung machen. Ja okay, jetzt können wir einfach so ne Runde spielen. Okay, ich nehm das mal auf. Fail, Alter. Hä, lol, du machst mir irgendwie voll viel Prozent. Woah. Nein. Ja. Nein, 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 nein. So. Du hast so ne Suppe, oder? Ja, ein Brot. Ja. Akritische Treffer machen halt mir Schaden, ne? Okay. Oh, einmal hatte ich so viel Prozent, ey. Woah, woah, hey lol, Server Collector. Nein. Scheiße. Pfff. Ja. Pfff. Wie das abgeht. Oh Gott. Brot. Nein. Nein. Ja. Ich wollte das Brot doch nur... Alter. Also ich suche mir jetzt mal kurz ein paar Teile. Ah, ich hab doch schon was Schönes. Ein bisschen Speed. Klingt nicht so gut für mich. Nein, ich hab nur Speed. Ey, ich komm mir nicht hoch. Okay, das geht auch. Oh, Alter, liegen hier viele Sachen. Ja, was macht die Diamantspitzhacke? Wollte nicht. Ich bin tot auch noch, ey. Komm zu mir runter. Mein Süß. Ich hab nur Leben. Bist du tot? Ja. Alter Zwang. Mein Gott. Ich glaub, das war eindeutig. Okay, dann machen wir hier noch ne Runde ohne Cut einfach. YOLO, ne? Jo. Ich versuch dann auch mal aufzunehmen. Ja, dann komm jetzt mal... FTL. FTL. Ach da. Äh. Okay. Hi. Wo bist du? Ich seh dich nicht. Okay, ich seh dich aber. Ey, da ist noch einer. Oh mein Gott. Egal. Da kämpfen wir halt auch nicht. Drei, zwei, eins, go. Hallo Leute. Ich komme zu einer Runde Smash. Heute mal mit den Nexus-Plays dabei. Yo. Yo. Hello. Wir wollten eben schon ne Aufnahme machen, aber ich hab ein bisschen gefehlt. Aber er hat aufgenommen. Ja, ich nehm immer noch auf. YOLO? Ah. Ich hab ne Fackel. Äh, die Fackel macht glaub ich nix. Die ist einfach nur da, weil du... Weil Sachen kaputt gehen und dann bekommst du nichts. Oh, ich schärfe dir! Ich... Hä? Bei mir ist einer unsichtbar. Bei mir bist du auch unsichtbar. Wow. Jetzt find ich ganz so was kaputt. Nein! Nein! What the fuck? Ich bin so schlecht! Ich hab einfach zugeguckt, ob ich sterbe! Ey, dieser Teddyknuffel, der ist so schlecht. What the hell? Wie hat er mich darunter geschreit? Oh mein Gott, Riesenzombie! Oh mein Gott! Oh! Nein! So. Du hast noch ein Herz. Ja. Ich hab ein... Ich kann da nicht rüber. So. Ähm, ein Steinschwert. Ich boxe jetzt diesen Teddyknuffel hier. Der Penner, der mich... Hä? Junge, wo bist du? Bei einem TNT oder so irgendwie. Der hat 85%. 93 hat er jetzt schon. Oh, ich seh da einfach so... Oh, 105, ey. Oh mein Gott. Das abgeht. Oh! Lol. Ja, geh runter. Ja! So, dahinten bis her. Oh. Nein, Feuer. Ja! Oh, fall noch mal ins... Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin so hoch geflogen dann. Nein! Fall ins Feuer! Ja! Uh! Geh runter. Nein! Ich werde nicht sterben! Nicht in diesem Leben! Ah! Ja! Oh, nein! Nein! Ah! Jetzt aber! Oh! Alter, bei mir läuft's einfach so unflüssig, ne? Ah! Oh! Ich hab's... Oh! Nein! Oh! Ich war grad bei der Katze, also. Alter, ich grabbel dich jetzt. Nein! Och, wegen der blöden Angel bin ich jetzt runtergeflogen. Bist du tot? Ja. Oh, ne, jetzt bin ich auch noch ganz tot. Scheiß Angel. Okay, es lebt... Spectate, ist sie noch? Ja. Klick, drück... Spectate, so. Wo ist Teddy, Knopfel? Hey, man kann ja runterfallen, wie schätzt. Gott. Alter, wie... Toll. All fällt runter. So, wo bist du denn? Da hinten. Herr Wester. Ah, da bist du. Steh dir an, dran aber nicht. Ich auch nicht. Alter, hier kann man sich voll verstecken. Das macht gar keinen Spaß. Oder man geht auf so eine Blöcke... Auf so Blöcke dahin. Ist hier unten einer? Ach, der ist da. Ja, der ist da hinten. Auf den roten Blöcken. Der geht jetzt zu dir. Ach, da... Bei den Klaas. Überraschung. Nein! Nein! Oh, du bist da unten. Teddy, Knuffel. Nein! Ich bin so schlecht. Ich bin meine eigene Granate-Garant. Ja, okay. Dann würde ich sagen, das war's mit der schicken Aufnahme Smash und bis dann, ne? Jo. Schön. Ich nehm noch eine zweite auf. Ja.